ja moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mario party zusammen mit dem dominik moin und mir dem steffen und es geht direkt los mit einer drei was hast du vier klasse übersicht kann man sich mal angucken gibt wahrscheinlich sechs plätze das heißt zumindest es haben alle ungefähr gleich gewürfelt also von von der von der chancität ja von der wahrscheinlichkeit das wollte ich eigentlich sagen die chancität und der chancität ist ganz wichtig das wissen nur die wenigsten was das für experten die chancität alter farbschlacht ist auch so ein spiel was du ohne items nicht gewinnen können es geht auch nicht oder du triffst halt genau immer den führenden also mit deiner farbe da wo du gerade bist ja da hat irgend so ein lappen eine farbschwur irgend so ein lappen und ich sehe mal ein item und dann und dann läuft da genau das wollte ich sagen aber jetzt hast du ganz zufälligerweise auch mal jetzt wenn ich bin ist ganz zufälligerweise eins vor mir gestreut ich bin trotzdem nicht hoch heckt hier einer siehst du dass der schießt die ganze zeit nur granaten damit 1567 punkten der karte ist ja niemand oder entweder ich glaube die ganzen granaten zum ende aufgespart dass wir auch keine familie nein so gott eine vier noch verdient noch verdient ich glaube wenn man wenn man tendenziell vorher guckt kann man sogar sehen welche welche spiele dran kommen ja ich glaube das habe ich irgendwann mal gelesen in dem großen zeit toxischen ja und nein jetzt ja mal finger einmal durchknacken und jetzt geht es war das deine finger das hat sich angehört hat so ein saftbäckchen öffnet krankenwagen rufen alles ist gut das war ja mega wieder oh nein ach du scheiße bau du schwanz irgendwas habe ich dir schon falsch gemacht oh kacke das ist natürlich dann schlecht gelaufen aber du wirst wahrscheinlich immer noch vor mir sein alter ich baue so langsam und dann auch noch falsch warst du er es schon geschafft? lol das geht gar nicht heck ich habe es auch geschafft heck das soll ja so eine pommes tüte von mcdonalds sein ne? in welcher welt das denn? weiß ich nicht in meiner welt ich finde das sieht so aus das kann tatsächlich sein alter 76,5 du scheiße verstehe ich wie ihr das so schnell machen könnt das ist echt unglaublich habt ihr nen besonderen trick dafür oder sowas? ne eigentlich nicht dann hast du die schule besucht für speedbuilding wahrscheinlich alter wie schnell ist der? ist irgendwas falsch? oh nein der eine block war falsch ja oh nein ich habe den einen block nicht mehr setzen können ja aber ich glaube wenn man wenn man die sachen auch kennt dann ist das auch leichter zu bauen also könnte ich mir gut vorstellen ich meine so wie wir das spielen ach da war ich schneller als ob du schon fertig bist vierter nein aber mit dem punkteabstand ist das okay ich dachte das wäre knapp gewesen aber bei dem zweiten habe ich halt ziemlich gepennt eine 3 und noch eine 3 ja super ja wir sind immerhin zwei mehr als ich zum beispiel ja ich bin da trotzdem noch, wo bin ich denn jetzt? ich bin jetzt Feldelf wo bist du? Feldelf, ich müsste mit dir irgendwo rumpimmeln da ich sehe dich ach hier ist mit der vario ja natürlich ja bekloppte komm her 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 ja das ist ja mein spezialgebiet hier hier sind die geistige verwirrtheit in Perfektion vielleicht hörst du nur wieder rumpst oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein jetzt bin ich in Hektik gekommen spreng dich mal da vorne in die Luft das kann man sich ja nicht mit angucken das gibt es doch nicht ich war fast durch habe ich gesehen jetzt bin ich komplett am verkacken nein nein ich auch was mache ich denn was mache ich nein nein jetzt komm ich will wenigstens noch zumindest ein Stück in die Richtung laufen da war überhaupt gar keine Miene da war gar keine Miene da ist keine Miene oh ich bin gerade vor der Ziellinie jetzt bin ich auch im Spiel oh ja gut ja hätte ich nicht so komplett so ein Brain-AfK-Moment da gehabt gerade eben dann wäre ich schon längst im Ziel gewesen aber ja ich war zu greedy immerhin eine Entschädigungs-Sechs ja was ist das denn guck mal der Typ spielt einmal schlecht und wird vom Whipple entschieden ich spiele mal schlecht ich hätte das fast gerade geschafft nur einmal einfach ausverkackt du warst doch nicht mal ansatzweise da in der Nähe vom Ziel natürlich ja natürlich ja beim dritten Mal als ich da war war ich kurz davor aber dann bin ich in die Miene getreten ne ich war halt drinnen aber da war halt gerade der andere Typ drin ja drinnen nach fünf Minuten ja zwei Blöcke davor ist ja wohl nicht drinnen oh da vorne geht's vorne ist Abstauben schnell rein da hallo Freunde ich will einen abstauben oh da ist der Stadtmeister ich will auch einen abstauben den haue ich weg nein den haue ich weg ähm pick mich hier den nehme ich gleich auch noch mit hier links rechts klatsch natürlich stauben die mich wieder ab diese asozialen ja sag der Abstauervormehrern ja hier ist der Abstauervormehrern komm her ja mit dem Diamantschwert ist ja wohl kein Ab ist ja wohl kein Abstau zweiter Platz Diamantschwert so ne Frechheit ich wurde die ganze Zeit nur weggemoscht ey weil fünf Leute auf mich draufgegangen sind er hatte auch zweimal einen Bogen wo es war weggekloppt sonst wäre es auch schon was ja ich hatte halt ein Goldschwert und ne Schaufelder das war mein weitestes wieso kann ich nicht würfeln ne 1 ich auch und ne 4 ja hinten wo die mir vom Besuch entfädigt ne obwohl hier finde ich das gar nicht so schlimm weil ich habe das Gefühl hier ist tatsächlich nur Glück für Glück und bisschen Skill in den Dings ja da ist es wieder das ist unser Fachgebiet ja das Hydra-Rennen das wird oh das fängt gleich mit so einem guten Parcours an oh ganz ganz gut die aber ich bin ich muss auch sagen die wendigen die kann ich besonders schlecht die wendigen ne die kann ich gerade gut die wendigen schwierigen Dinger da bin ich gleich immer durch ne1 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 ich brauche ne1 ne1 Nein, oh, ich bin beim letzten Ring vom zweiten gewesen. Ich bin schon wieder oben gegen geflogen. Ich habe gar keinen Ring ver... Was? Ja, vielleicht ist der eine richtig arsige Ring. Ich bin gerade hier durch den roten einfach ganz normal durchgeflogen. Und schon, du hast deinen Ring verfehlt. Das war der dritte erst. Da kam keiner vorher. Das kann gar nicht sein. Einfach nur hoch, 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 hoch. Oh, das habe ich nicht geschafft. Alter, dieser blaue Ring am Ende, der ist ja des Todes. Ja, muss richtig runterziehen. Nein! Ja! Ich bin durch. LOL. LOL! So langsam habe ich da den D raus, muss ich sagen. So langsam geht es. Ihr übt heimlich. Zwischen der vorletzten Ausnahme. In zehn Minuten habe ich das nochmal komplett... Warum kriege ich dann immer eine Eins? Und eine Fünfe Heimat. Ich dachte gerade, da stand gerade erst eine Zwei. Und dann war es auf einmal doch eine Fünf. Da hat man kurz das Tor war angehalten. Ich hätte es dir natürlich nicht gewonnen. Wäre es noch eine Zwei gewesen, dann weiß ich nicht. Dann wäre ich vielleicht auf so eine Alt-Tasten zu einer F4 gekommen. Ja, einmal. Na, ich weiß nicht, wie auf viel Einsicht ich schon diese Runde hatte. Ja, ich hatte auch schon genug Einsen. Stimmt, schon zwei. Du würdest auch schon sechsen. Boah, das ist ja fast viel. Das ist ja schon, also... Motherfucker! So, hier, Reihenfolge drei. Die können wir uns ja wohl gerade noch so merken, die ersten drei. Oben, Mitte. Oben, Mitte, oben, Mitte. Und rechts. Oben, links. Ich habe schon wieder vergessen, wie man die Knöpfe drückt. Ich muss die ganze Zeit so mit linker Maustaste draufhauen. Alter, das sind ja die schwierigsten Reihenfolgen der Welt. Ja, wenn dabei jetzt jemand ausschaltet, dann zweifle ich so ein bisschen an der Intelligenz von dem. Ja, dauernd ist auch keiner raus. Ach du Scheiße. Ja, ich bin auch noch drinnen. Das wird schon kompliziert. Oh, ich habe schon wieder vergessen, dass es war. Ich glaube, so... Scheiße! Ich habe es verkackt. Ich habe es auch verkackt. Ich habe es... Er stand rechts in der Mitte aus. Ja, genau das habe ich auch gemacht. Ich schwöre, da war der auch. Not my life. Ah. Wir können aber jetzt alle gleichzeitig rausfliegen. Nee, unwahrscheinlich. Das wird nichts, wenn wir mit dem Treppchen am Platz. Alle beim letzten. Komm. Hä, bei mir waren gerade schon alle vier rausgeflogen. Dann sind sie auf einmal wieder drin gewesen. Und jetzt sind irgendwie zwei noch da. Was war das denn? Guck mal, Dominik, das könnten wir jetzt sein. Achieve Noble 6. Letzte Runde sind wir bei 28 oder so beide rausgeflogen. Ja, die sind besser als wir. Und Poco. Ja, man hat es so richtig gesehen. Lief, 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 weg. Und der stirbt. Ja, 8er Platz. Nicht ganz so optimal. Ja, ich auch, Alter. Wir sind genau gleich gewesen. Naja, das war ein gleicher Denkfehler. Doch, eine 5. Ja, eine 1. Wunderbar. Borosa fällt. 5 vor. 2 nach vor. Das gibt es doch gar nicht. Du wirst so bevorteilt durch dieses Spiel. Das kann mir keiner erzählen. Nur wenn der kickt immer ein Bosa fällt. Ja, es ist ja auch die Wahrheit. Man sollte das mal aufrechnen. 14 Felder bis zum Ziel und hier Stadtmeister. Ja, der erste Platz war 7 vor mir. Ich bin vorletzter, weil ich so beschissen würfel. Vorletzter? Das ist aber schon schlecht. Ja, man kann ja dieses Spiel sogar gewinnen, wenn man kein einziges Minispiel gewinnt. Ja, stimmt. Ja, gut. Aber da musst du ein ganz großes Glück haben. Ja, gut. Oh, da ist die Kartoffel. Macht ihr das mal unter euch da aus. Oh Gott, ich bin die Kartoffel. Nimm die Bombe. Oh Gott, nein, geh doch weg. Hier ist meine Area. Ja, stell dich noch vor mich. Was? Ich habe die erste Kartoffel abgegeben. Hinter mir lief der andere Idiot rum. Und hat mir die dann... Also die zweite Kartoffel habe ich dann abgekriegt. Ich hätte sogar noch eine Verlängerung gehabt, aber ich dachte, ich habe die halt abgegeben eigentlich. Das war in der letzten Millisekunde. Richtig unlucky. Oh, wo ist ein Stadtmeister? Hier hinten in der Ecke. Nein, ich wollte ihn gerade geben. Wie schade. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Oh nein. Egal, Dritter. Fuck off. Ah, 5. Ich bin doch auf dem Träppchen zu sehen. Ich wollte gerade sagen, auf dem Träppchen. Bist du bei mir tatsächlich nicht, also. Ja, bei mir... Ja gut, ich hätte wahrscheinlich mal den Vorzug angezeigt. Hashtag Aufnahme. Also. Ne 2 und ne 1. Oh. Ich habe auch ne... Und Bowser fällt. Pass auf. Oh, doch. Drei Felder nach vorne. Okay. Äh, Verwendung. Man kann das ja mal durchrechnen. Ach, ist vorbei. Auf vierter Platz bin ich geworden. Schade. Zwölfter Platz. Offiziell. Geil. Ich bin letzter. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Steffen ist letzter, das ist halt schade, aber meine, die müssen wir jetzt auch nicht so wirklich berauschen. Ja, du bist ja auch nur vierter, nicht mal aufs Treppchen. Ja, eben. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, abonnieren nicht vergessen und sonst bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschö mit Ö. Tschüss. Tschö mit Ö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020